Recht herzlich willkommen zur 45. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir haben eine neue Aufgabe gekriegt, wir müssen die Normanden irgendwie besänftigen und da blinkt hier schon was, da müssen wir wahrscheinlich erstmal zusehen, dass wir dahin kommen. Gucken wir mal an, was da so laufen kann. Äh, ich glaube, wir müssen als erstes wohl versuchen, dann eine Straße dahin zu machen, oder? Äh, Straße. Jetzt hat irgendwie das Spiel gerade gehakt, glaube ich. Nochmal den. Runtergehen. Ziel nicht erreichbar. Ach so, wir müssen hier wahrscheinlich erstmal und dann noch da. Na still, erste Stadt wählen. Ach so, okay. Und zweite Stadt wählen. Transitabkommen benötigt, ja. Gute Sache, ne? Dann müssen wir das nochmal abbrechen und müssen erstmal gucken, dass wir dahin gehen, ne? Was ist denn hier, ach so, der ist Giftseuche in der Stadt, alles klar, deswegen ist die Grün. Jetzt müssen wir mal gucken, wir müssen dann wohl uns da nähern, ne? Sieht das ja eigentlich aus, schick, ne? Okay. Jawoll! Aber angreifen wir vielleicht nicht so, wenn wir nur erstmal hingehen, ne, oder? Greift er da an? Ich weiß es nicht. Auf geht's! Oh. Ah, wir sind in der Nähe, dann geht das. Ich habe nicht viel Zeit. Worum geht es? Was wollt ihr mir denn anbieten, außer leeren Versprechen? Mhm. Welche Geld haben wir denn? 40.000. Fangen wir erstmal mit dem an. Und wer froh dann von ihm? Ein Bündnis. Aber 40.000, äh, 10.000 sind da zu viel. Äh, zu wenig, nicht zu viel. Versuchen wir das doch mal... ...mit dem ganzen, was wir da haben. 40.000. Und dann... Empathie, Ware, Bündnis, okay. Ihr fordert zu viel und bietet zu wenig. Mhm. Wir fordern zu viel und bieten zu wenig. Ja, 40.000. Was wollt ihr mir denn anbieten, außer leeren Versprechen? Ah, das ist jetzt vielleicht sein Vorschlag, ne, oder? Ne, ist nicht sein Vorschlag. Ihr fordert zu viel. Na, da müssen wir erstmal ein bisschen... Da müssen wir wohl noch ein bisschen mehr... ...sach schon. Oh. Das ist jetzt blöd, ne, wenn die da angreifen. Auf geht's! Und wenn die das haben wollen, dann werden die das kriegen, oder wie? Ja. Und der hat mehr, BW, oder? Jo. Und unsere Truppen sind gleich fertig. Auf geht's! Aber die hauen jetzt auch nicht mehr ab. Schicksal. Gut. Das bedeutet, wir müssen einfach weiter handeln erstmal. Was ist denn hier so? Da ist ja unser Händler da, ne? Ja, vielleicht hätten wir erst mal ein Handelsabkommen, oder was machen sollen. Warte, aber das könnten wir da noch hinkriegen, oder? Obwohl, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, wo wir da... Ich habe nicht... Was wollt ihr mir denn anbieten, außer leeren Versprechen? 40.000, und hier machen wir... Machen wir mehr geben, oder was? Ja, statt... Sympathie. Komm, machen wir... Ich nehme euer Angebot an! Ja, muss mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Den Krieg bei Ende. So, ich glaube, wir sind unsere Truppen auch gerade hin. So, wir sind unsere Truppen auch gerade hin. So, wir sind unsere Truppen auch gerade hin. So, wir sind unsere Truppen hier unten. Dann müssen wir da neue Truppen ausheben, ne? Reitschule, Übungsplatz. Und Landwehr, Axtkämpfer, Bogenschützen, Schwer, Pferdebogner. Dann machen wir da erstmal, wenn ich mir aber ausbilden kann, ich wollte kein Geld haben. Gut, dann müssen wir dann erstmal anfangen zu handeln, ne? Dann machen wir da wieder. Gut... 10.000 haben wir. Nehmen wir erstmal so viele mit. Da kann man auch ein bisschen einpacken. Warte, guck mal, habe ich die viel einpacken. Obst geht auch. 16 Einkaufen. Da ist der Wagen voll. Wunderbar. Dann nochmal weiter. Ja, wieder handeln, handeln und nochmal handeln. Damit werden Geld kommen. 34.000 haben wir gerade nie so. Das ist nicht so gut. Aber wie man sieht, rentieren sich gewisse Dinge dann. 134. Hat geklappt, ne? Hier könnte man Honig mitnehmen. Okay, und vielleicht Keramik. Ja, geht was. Passt. Konstantinopel anreisen. 23.000 Mies haben wir gerade. Gucken wir mal da rein. Äh... Na, da können wir noch zukaufen wahrscheinlich. Das Bier. Von hier. Nehmen wir aber nicht mit. Was haben wir denn mal auf dem Wagen? Okay, da haben wir noch was auf dem Wagen, aber bringt uns auch nicht viel. Dann lass das. Holz wäre hier noch. Die produzieren das hier auch. Was haben wir eben gekauft, oder? Na nicht. Ne, ich glaube, Honig haben wir nicht gekauft. Oder doch, ich weiß es nicht. Hier ist noch 60. So. Weiter geht's. Grundreise machen. Da unten machen wir eine solche. Da müssen wir aufpassen. Können wir alles verkaufen. Wäre nicht eben Honig gekauft? Essen den unterwegs auf, oder was? Damit. Können wir alles verkaufen. Oder nehmen wir mit. Passt. Nehmen wir auch. Ne, Steine nehmen wir nicht mit. Passt. Nehmen wir auch. Sind wir 10 gekauft. 176. Gut. Und dann konstanter geht das? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich glaube ja, ne? Da müssten wir auch was machen können. Wir haben Hunger. Können wir viel verkaufen von dem Essen her. Auch 3, der geht auch weg. Alles sogar. Da auch alles weg. Und die Kohle nehmen sie nicht ganz ab. Geben tut's hier nix, ne? So, dann gehen wir weiter hoch. Jetzt haben wir schon 33.000 plus. Ne? Ist auch nicht schlecht. Und müssen wir einfach Sympathie wahrscheinlich erstmal hochpushen. Damit er uns mag. Dann können wir auch in Frieden kriegen. Müssen wir mal schauen. So, da sind wir in Tschernowitz. 140. Ja. Zwei Einheiten. Was macht Salz? 22 Einheiten. Möse hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber Früchte, Obst kann man verkaufen. Klappt. Werkzeuge kaufen mal ein. Und die Kohle könnten wir verkaufen, ne? Alles weg. Wunderbar. Gut. Auf geht die Reise nach Wissner. Ja. 50.000 haben wir jetzt schon zusammen. Durch die Rundreise in unserem Reich. Äh. Ne. Das geht nix. Einnummern verkauft. Äh. Das machen wir dann nicht. Salz haben wir gekauft, ne? Ja. Lassen wir mal weg. Achso. Jetzt haben wir mal zurückgekauft. Egal. Krakau ist dran. Ne. Warnhofen. Warnhofen. Wiener. Irgendwo laufen sie da rum dann, ne? Was wird? Ne. Das können wir sogar noch verkaufen. Ne. 120 Geld gekauft. Ach. Ne. Das ist dann gleich überfällig. Können wir einen verkaufen. Ne. Das funktioniert hier nicht. Gut. Das hat sich erledigt. Wir waren. Ziel muss eine Stadt sein. Laufen wir mal nach Budapest. Kommen wir da vorbei? Nö. Mit Freude. Und da hin. So. Sind wir schon 62.000? Sind wir da? Und. Ne. Ne. Da behalte ich das lieber. Obst. Ne. auch nicht. behalte ich auch. Keine noch zu kaufen, ne? Passt. Kriegen wir hier auch noch was, ja. Kohle gibt es hier auch. 48. Ja, da ist zu Ende. Steine würden wir noch kaufen können, aber Krajowa, weiter geht's. Das sind 40.000, aber was ist denn das? Außer Umzeichen hier. Okay, Ausnahmen, Ausgaben sind höher wie Einnahmen, auch schön. So, da kriegen wir ein paar mit. 7 Fälle. Können wir wahrscheinlich alles kaufen. Verkaufen, ja. 65,5 Fisch. Passt. Das wird sofort der Preis sich ändern, das machen wir also nicht. 265, wir haben es für 200, nee, brauchen wir nicht. Geht da was? Nein. Machen wir nicht. Können wir gleich weitergehen hier. An Chebo, war nix. Auch nach Sofia. Gucken, dass wir da was loswerden. Und da waren große Einnahmen, also da sind große Sachen hier. Da guckt, Früchte. Das ist weg. Fisch, komm raus. Und das ist sogar noch billiger hier. 250, können wir da was einkaufen? Nein. 73 ist noch billiger hier. Na, das brauchen wir nicht machen dann. Dann würde ich sagen, kaufen wir hier noch zu, ne? 73. Kannst den Wagen vollladen mit, ne? Ja. Da kommen wir da nicht hin, ne? Müssen wir erstmal einen Handelsvertrag haben und als nächstes dann auch noch eine Route, ne? 100. 418, guter Preis. Passt. 134. Auch damit weg. Da können wir noch zukaufen dann. 600 Wagen ist voll. Und dann können wir hier noch nach Oestras runter. Obwohl, wir können erst in der Tintpause machen, das geht auch, glaube ich, ne? Genau. Boah, die haben hier 22 Fleisch. Können wir aber nicht kaufen. Die gehen nur verkaufen, wahrscheinlich, ne? Das einseitige Handel ist möglich. Weg damit. 480, dann auch weg. 134. 80. Passt. Kaufen können wir hier nichts. Weiter. Aber so wollen wir schon gleich 100.000 zusammen, ne? Ja. So. Hier sind sieben Einheiten, die können wir eine kaufen, machen wir auch. 120. Honig. Billig Geld gibt es wohl nicht, ne? So. Mal zugekauft. Stoffe. Die. Das können wir hier verkaufen. Wahrscheinlich alles. Ne, doch nicht. Und die Kohle. Geht ganz schön, das Stück. So, 100.000 noch mal im Sack. So, das war's hier erst. Auf nach Athen eine Runde. Kurz nochmal reingucken. Da können wir ja verkaufen dann. Doch kaufen geht auch jetzt. Ich denke, das ging eben nicht. Oder hat man kein Geld? Doch, er hat noch Geld eben, ne? 140. das Bier oder hat man keinen Platz? Das kann auch sein. Äh, verkaufen. Verkaufen. Ne. Da brauchen wir nichts machen. Kann man noch zwei kaufen. 165. Das ist noch billiger, wie das, was wir schon eingekauft haben, ne? Noch 10 dabei. Hier geht bestimmt auch noch was. Für 60 Buller gekauft. 134. Da können wir was verkaufen. Und mal der Kohle identisch. Passt. Weiter geht's. Nach Adal dann zurück. Aber weitere Geschäfte, denke ich, machen wir dann in der nächsten Runde. Lassen wir es erst gut sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Mutta mal drauf. Danke schön krank. Jahres. Bis dann. Bis dann. Willkommen. Untertitelung des ZDF, 2020